Die letzte entscheidende Wahl. Zwei Mädchen sind übrig und nur noch ein Mann. Yasin, jetzt hängt alles nur von dir ab. Wie lautet deine Entscheidung? Ja, als Letzter diese Entscheidung zu treffen, ist sehr schwierig. Nicht mal tausend Wörter könnten meine Gefühle jetzt beschreiben. Sehr verwirrt, aber auf einer Seite auch leicht verletzt, aber auch auf einer Seite auch sehr, sehr glücklich, dass dieser Tag gekommen ist heute. Ich will auch zu dem Ganzen was sagen, zu dieser Person, die ich auch natürlich mit einem kleinen Symbol, was ich immer gern bei mir habe als Romantiker. Für mich ist es einfach zu der Person so, dass ich jeden Morgen wirklich wie die Blume hier die Sonne sehen würde und nachts mit den Sternen mit ihr einschlafen gerne würde. Auch ich höre gerne auf mein Herz. Und das sagt einiges mir. Und ich entscheide mich für... Samira. Samira, wie fühlst du dich jetzt? Ich fühl mich sehr glücklich, weil er war wirklich der Typ, der mir hier von Anfang an am meisten gefallen hat. Diana, deine Zeit ist leider bei uns vorbei. Du musst Love Island leider verlassen. Ich danke dir für alles. Danke auch. Und auch ich wünsche dir ganz viel Glück in der Liebe. Danke. Das war unser Paar und Zeremonie. Und wir haben sechs glückliche neue Couples. Denn auf Love Island braucht man einen Partner. Jeder von euch hat jetzt einen. Macht was draus. Ihr wisst, was sonst passiert. Und es hat mich schon immer gut gefeilt. Weine! Weine! Ja, so ist es. So ist es halt hier und irgendwie war halt niemand für sie dabei. gerade momentan an Eiländern. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.